Ich hoffe, Geweih stört dich nicht. Geweih, Geweih, Geweih. Geweih, Geweih. Geweih, Geweih. Ich halte nicht mehr lange durch. Das ist Scheiße. Helft mir doch. Danke. Scheiße. Ich brauche einen Sanitäter. Ihr habt zu bedanen, dass sie zurückgehen lassen. Dann passiert was. Geweih, Geweih, Geweih. Geweih, Geweih. 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 Es ist unsportlich, sich einen fremden Kill unter den Nagel zu reißen. Diese Figur gehört uns. Ich werde nicht sterben und um Hilfe bitte. Ich habe kaum Hilfe gebraucht. Tut mir schrecklich leid. Das war der Gnadenstoß. Wir haben die Figur. Das sind in der Tat traurige Umstände. Hilfe! Hilfe! Unglaublich befrieden. Es geht nur ums Geschäft. Es geht nur um Verstattung. Das ist ein Gefühle. Selbstverständlich ist es ein Gefühle. Es geht nur um Zwingen zu ziehen. gesichert das ist bestimmt navarro schuld du bist doch nicht gefallen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020